Grüßt euch miteinander und willkommen zurück zur dritten Folge von Labyrinths of the World, Verlorene Seelen. Grüße gehen nochmal raus an die liebe Kiki. So, wo war mir das letzte Mal stehen geblieben? Wo wir hier ein bisschen rum hantiert haben und den Butler wieder getroffen haben, der uns erzählt hat, dass unsere Schwester nicht das Geblende verlassen hat. Also sie muss hier irgendwo noch sein. So, wir haben jetzt hier ein Abziehmesser, einen Hebel und so weiter bekommen. So, wir haben nochmal die Kolumbine hier und immer noch die Schneekugel. Okay, so funktioniert es leider nicht. Was ich ein bisschen verwirrend finde, ist die Karte von dem Spiel hier. Sie ist zwar schön animiert und so, aber hilft nicht sonderlich. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, hier braucht man eine Lichtquelle. Eigentlich, wenn man intelligent ist und sagt, hey, ich brauche eine Lichtquelle, nehme man die Lampe hier, stellt sie hier hin und dann hätte man eigentlich eine Lichtquelle oder die Lampe hier. Normalerweise, aber pssst. So, wo braucht mir denn einen Hebel? Ich glaube hier nichts. Ja, der verbrägt immer noch etwas, der Igel. Na, hier brauchen wir zwei Edelsteine, die haben wir auch noch nicht gefunden. Wir können aber jetzt nochmal in den Garten. Ah, schaut mal. Okay, hier haben wir drei Glühmöhmchen. Ich muss ein Gefäß finden, in dem ich die Glühmöhmchen aufbewahren kann. Wahrscheinlich so lenken wir auch den Igel ab. Oder wir nutzen das für als Lichtquelle für das Schlafzimmer. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Okay. Das Männchen vermisst ihren Schirm. Ja gut, und wo soll ich den jetzt herbekommen? Äh, es war jetzt nicht sehr hilfreich. War schön, dass man das da unten so sehen kann. Hm. Jetzt bin ich schon wieder überfragt, wo wir jetzt hier weiterkommen könnten. Hm. Ach ja, genau, hier war ja auch noch was. Platziere die Zähne an der richtigen Stelle. Wähle zwei Zähne aus, um sie zu vertauschen. Äh. Aber dann kommt das hier runter. Ah, schon mal in unser Tagebuch rein. Ein Gerät zur Gegnerinierung von Blitzen. Hinzweck. Hierdurch kann man zu Hause Blitze generieren. In Zukunft sollte man mit dem Gerät, elektrische Geräte, und wird es wirklich aufladen können. Momentan ein Dachbalken installiert. Okay. Ah, da fehlt der Hebe, den wir mit dabei haben. Imko. Ich werde die Szene nach mithilfe der Hebe. Kannst du die einzelnen Teile vertauschen, bis sich ein einheitliches Bild ergibt. Bilder müssen in keiner bestimmten Reihenfolge. Okay, okay, okay. Okay. Sehr cooles Rätsel. So, das war's. Was kriegen wir? Ah, das für die Tür und ein Beutel. Und dann findet sich was zum Puzzeln. Und das kommt hier hin. Das kommt da hin. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. Da fehlt aber noch ein Teil. Ein weiteres Teil fehlt. Tja, mach Sachen. So. Jetzt kann ich endlich in das Labor gehen. In Margaret arbeitet. Oh, Mann. Das ist doch wieder typisch, oder? Das ist doch wieder typisch. Der erfindet was. Wird großmütig. Nicht großmütig. Übermütig. Abgehoben. Und denkt sich. Yeah, ich hab jetzt was erfunden. Ich werd jetzt der Herrscher der Welt. Oh, Mann, hey. Und sie wacht wahrscheinlich auch noch nicht auf. Das ist mir schon irgendwie bewusst. Portalschlüssel. Okay. Nehme ich mal mit. Ah, das ist doch wieder so typisch. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Solche Machtbesessene werden immer eine auf die Schnauze kriegen. Oder beziehungsweise auf die Schnauze fliegen. Ob jemand mir bei der Reparatur helfen kann? Ja, hier bitte. Dankeschön, Kolobine. Was ich hier noch rausnehme? Ach ja. Ist das Lust? Friggert immer einen da nachzuschauen. Oh, da kann man weiter machen. Oh, doch nicht. Ah, da kann man bei dem Auto. Du hast mein Versteck gefunden. Nimm diesen speziellen Samen. Er wird mir sicherlich von Nutzen sein. Umnimmt dich, Frau Samuel 8. Erhalten von Margrit. Filme heraus, wo der Samen eingepflanzt werden kann. Margrit. Alter 32. Wow, die ist jünger als ich. Charaktereigenschaften, intelligent, gütig, sympathisch und fleißig. Beschreibung. Sie hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet. Sie kann viele Erfolge verzeichnen und ihre Arbeit wird oft in Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht. Momentan arbeitet sie zusammen mit Dr. Thompson an sehr aufregenden Experimenten. Ihr Traum ist es, außergewöhnliche Entdeckungen zu machen, die die Welt verändern. Objekte, äh, Seelentrennungsmaschine. Hiermit hat Samuel die, die, was, hiermit hat Samuel die Margarets Seele von ihren Körper getrennt und sie verändern. Was ist das für eine scheiß deutsche Übersetzung wieder? Hiermit hat Samuel die Seele von Margarets, äh, von ihrem Körper getrennt und sie viergeteilt. Liebe, treue Logik und Kreativität und alle Seelen wieder miteinander zu vereinen, müssen die einzelnen Teile in die Aussparung des Apparats eingesetzt werden. Meine lieben deutscher Übersetzer, das ist nicht böse gemeint, aber wenn man was übersetzt von Englisch auf Deutsch, dann gibt man sich ein bisschen mehr Mühe. Nur so, by the way. Wenn ich jetzt, äh, euer Chef, wer würdet jetzt, äh, 100 Euro oder bis zu 100 Dollar weniger Lohn kriegen. So, wir brauchen hier wie sowieso noch eine Batterie, Kristallsamen. Hm, okay. Okay, kann ich, das kann ich mitnehmen. Hier ist schon ein kleiner Hinweis. Ich glaube, dass ich etwas Nützliches in einem kleinen Haus finden kann, doch zunächst muss ich die Luke öffnen. Ja, hier ist auch noch irgendetwas. Gehen wir wieder hier hin. Okay. Pilze, Kristallsamen. Ah, warte, 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 Pilze. Igel mögen Pilze. Wie heißt ihr, das schnappt? Messerchen und eine Pappe. Ein Poster. Messer. Hm. Frage über Fragen. Also, ich kann das jetzt nicht hier einsetzen, oder? Nö. Gut. Hm. Ich habe ein Poster, ich habe ein Messer. Wahrscheinlich nur mal in das Zimmer von Margaret. Ähm, Info. Vervollständige die Bilder, indem du die Einzelteile aus dem einen Bild in die andere verwendest. Mithilfe der Pfeiltaste kannst du die Bilder wechseln. Okay. Okay. Was lustig ist, ähm. Ich weiß gar nicht, muss ich da, dass ihre Ohrringe, keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, äh, ist jetzt nicht böse, meinetwegen. Ich weiß nicht, dass ich irgendwie den Typen, oder die Typen, die genauso ähnlich aus, schon wie er. Aber er sieht aus, als wäre er in der Schule immer verprügelt worden. Sorry, wenn ich so denke. aber leute die so handeln ganz ehrlich wir haben kein mitleid bei mir wir bekommen kein mitleid mit von mir ach jetzt auf einmal kann ich die ohrringe eins ansetzen ok der blitz gehört noch zu ihm hier und natürlich gleich ein bild auf uns wartet geil die an das nennt setzen wieder jetzt mal das gehört zu dir ich brauche nadel und faden da brauche ich wahrscheinlich die glühbirne und eine batterie bei zwei oder drei sein ok hier mal nadel und faden immer den teddy bär wieder sein auge richtig hin öffnen dem das buch hier ich glaube dann hat ein hufeisen fehlt noch wo könnte ich hier in ein hufeisen triggern der modus aktiviert ganz still alles ist still da hat die musik aussetzer wo soll ich denn bitte schon hier ein hufeisen ok hier sind batterien da ist das hufeisen also auto hufeisen medaille klatschenuhr wirklich diese kachel die wir bekommen kasse t ok das würde muss ich mal auch mal probieren mit zucker und der zidronen scheibe und nie gemacht irgendwie ihr anhänger lupe firm naschentuch eddie so du kommst hier rein dann wird das schon mal wahrscheinlich die erste portal schlüssel wo ok info oder die zahnräder richtig anbaut das ist ein geiler tipp abster brief ach ja sowas gab es doch also habe ich kann ich kann mich ganz schwach erinnert dass kiki sowas ähnliches auch durch machen musste gott wie sich das anhört aber krieg ich muss es so leiden ich mache mal lieber so weil ich versuche es mal nach der größe weiß nicht ob es richtig ist aber gibt auf jedenfalls mein bestes ich gebe eigentlich mir bei jedem bei jedem wimmel bild was ich hier spiele mein bestes ok noch keine ahnung wo ich da schaut mal nee nee das kann jetzt so jetzt wie wir mein sein muss halt das richtige teil dazu finden ach schaut mal hier das könnte warte mal dann ist das aber nicht richtig oder aber es ist ein großes zahnwald eigentlich müsste es ja stimmen also das stimmt auf jeden fall alter die die hintergrundmusik macht ja gerade richtig richtig spannend das baut atmosphäre grad auf aber ich glaube nicht dass das hier richtig ist ok das ist schon richtig was ich hier gesetzt habe jetzt muss ich nur das teil finden was das hier verbindet also das stimmt schon auch mal nee das stimmt nicht so wirklich nee das zahnrad mal weglassen das findet es auf jeden fall kann das nur hier rein ok mach das schon mal jawohl ganz ehrlich der effekt erinnert mich jetzt hört mich jetzt extrem an an stargate erinnert dieses wasser rauskommen und wieder rein ploppen so wie es dieses sollte mal aufpassen auf mein kabel mit meinen kopfhörern weil dann sind die kopfhörer im arsch ich komme immer hin und ziehe das zieht ran das ist dumm beschreibung spiegel portal zweck mit diesem gedreht kann man von unserer welt aus in andere reisen funktionsfähigkeit mit beiden welten existenz dieser technologie steht noch immer unter strengste geheimhaltung und ist nur wenigen bekannt wie der typische starke klischee liegen wir ihm zu den drei mit uns hoffentlich werde ich mich als mich die einheit nicht als feind anziehen schau in dein tagebuch car der weise alt unbekannt charakter einschärften weise erfahren freiheitsliebend und clever beschreibung der höchste priester der welt der fliegenden insel er wird von den einheimischen verehrt und sie befolgen streckt alle seine befehle er konnte dr thompson plan durchkreuzen aber ihn nicht komplett aufhalten der priester weiß wo sich margards seele befindet und hat seine hilfe zugesagt wenn dr thompson gestoppt werden kann ok und dann sprechen wir erstmal mit ihm welcome stranger i believe you have come in peace ever since the portal opened a lot of pain and darkness has come into our world your sister was our friend but she was weak and naive just like my people she couldn't defend us from that horrible man now our world is dying he is sucking the magical ether from the atmosphere and into his machine and the delicate balance of our world has been overturned soon our islands will fall from the sky and all will be lost help us and we can help liberate your sisters soul here take this gift it will help you reach items out of your grasp okay aber das bekommen ich verstehe einfach nicht warum er meint er könne mit seiner erfindung die welt erobern klar er hat so einen komischen laser aber seien wir doch mal realistisch schützengewehr maschinengewehr ist schneller als den zeit komische laser knarre wenn man mal ganz ehrlich ist so mit diesen überlegungen lasse ich euch jetzt wieder alleine denn die folge ist leider wieder vorbei und dann sage ich mal bis zur nächsten folge von labyrinths of the world verlorene seelen